hallo leute ja warst du kurzzeitig ja es geht endlich wieder weiter mit dragons profit hat ja lange genug gedauert gab jetzt einige tage keine folgen aber ging halt leider nicht weil es so diverse problemchen mit dem login gab aber inzwischen scheint das zumindest alles wieder halbwegs zu funktionieren und auch leckfrei zu sein gehen erstmal kurz landen ich muss hier noch mal kurz einen blick in mein inventar werfen und zwar haben wir hier schön aufgeräumt ich habe ein paar sachen hergestellt wir haben als ich mir gespielt und so weiter blablab alles relativ uninteressant ich habe hier noch die substanz substanz rumliegen und der marktplatz rucksack wird auch immer voller und ich ist das nicht doch der die doch nicht ich kann immer noch nichts in die leiste jetzt nein nur drachenskills ja aber die genau die gehen auch nicht bist du dir sicher ich muss mal probieren wie es aussieht k passive drachen energieskills offenbarung geht nicht der ist ja echt doof diese sachen müsste man da doch einziehen können ja eigentlich muss man da wirklich was weintun können oder die ich denke du kannst wahrscheinlich nur die direkten drachen skills da reinziehen oder so hier die jetzt müssen wir erstmal ein bisschen höheres level erreichen tja gute frage ja okay die holzkenntnis wäre ein bisschen doof oder die reizkills guck mal es gibt ja reizkills vielleicht kann man nur reizkills da reinziehen reizkills müssen es sein ja ich habe keine reizkills okay aber wir werden jetzt auch nicht lange nerven also ich habe schon wieder fast kein geld mehr es liegt aber auch daran das kann ich euch mal zeigen ich habe zwischendurch fast 100.000 genau what a beautiful creature dass hier haufenweise zeug drin liegt und meine drachen hier brav am farmen sind wie die blöden damit kann man wieder gut geld machen also keine panik ich habe jetzt hier nicht alles doof ausgegeben ich habe eine schmuckkugel inzwischen ausgerüstet die hattest du ja schon ziemlich lange aber ja jetzt habe ich hier wieder null probleme und bedingungen erfüllt sag mal du hast noch nicht die selben quests wie ich nein du musst jetzt quests teilen bin ich bei okay es könnte dauern also sie hat schon mal wieder alle quests im umfeld angenommen wir wollen natürlich möglichst viel machen und ich hoffe mal ganz stark dass wir es irgendwie hinkriegen ich muss ganz ehrlich sagen mir gefällt auch mein neugekaufter helm hast du den eigentlich schon gesehen ja ist wunderschön ja habe ich meine pseudokrone hier mit dem mit dem hörnchen drauf total schön ja irgendwie würde mir ich habe das gefühl die würde mir normalerweise voll ins gesicht rutschen die ist ja nirgendwo festgemacht die habe ich an der stirn festgeklebt die hält per induktion naja ja adhesion ja klug scheiße ja gerne so ja also wir werden uns heute wieder mit ein paar quests beschäftigen hier ich habe einen relativ leeren rucksack dementsprechend sollte das eigentlich funktionieren kann ja eigentlich wenigstens so man kann nicht mal heiltränke oder so da reinziehen also ich muss jetzt schon elf stück an nehme ich werde mal anfangen hier glaube ich annehmen 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 das werden jetzt ganz viele annehmen nehmen ach du hast auch daily quests mit eingefügt ach ja ach ja und da werden wir jetzt die nächsten stunden uns einfach mal mit den ganzen quests beschäftigen um hier mal level zu machen weil wir wollen ja auch ein bisschen was erreichen wir sind wieder neue also eigentlich könnte man hier zum bohl der alte fischer gehen was war das jetzt schon alles mit dem teilen und zum urzeitgeist hier der urzeitgeist hört sich auch interessant ja ich habe jetzt 23 22 habe ich ach du hast noch eine fertige die du noch nicht abgegeben hast recht tatsache ein segen dann gibt die mal ab jetzt ist natürlich die frage wo ich die abgeben kann unten unten runter hier ja ist das ein haken nein 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 aber das sieht aus wie ein haken hier drunter vielleicht ja ja das müsste ja hier irgendwo sein es muss hier irgendwo sein ach ja ist das toll was hast du denn da doch für einen orangenden punkt das ist 1001 1238 name ja ja den kenne ich natürlich auch den kenne ich sogar sehr gut den jungen so möchte ich mein kind irgendwann nennen auf jeden fall ist hier vielleicht noch etwas abzugeben hier drinnen beim rüstungshändler nee das ist ein grauer doch einfach mal auf die quest und guck okay ein segen kann ich hier irgendwie mpc auf karte anzeigen schön dass du mir den anzeigst ich fühle mich gerade bisschen verarscht ehrlich gesagt vor allem weil es sich auch lohnt blablabla töten 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 ist klar quest karte hier verderbtes himmel drache wird hier angezeigt das ja toll ja aber wo gebe ich das ab ich will doch nur wissen wo man es abgibt das kommt davon jetzt hast du dich schon abgegeben und ich weiß nicht wo ich hin muss weißt du nicht mehr wo das war das war ja die einzige die wenig abgegeben haben ich bin ziemlich der meinung gewesen dass das ganze im süden war hier irgendwo oder was okay ich flattere jetzt einfach mal hier rüber und wir gucken mal kann man ja nicht viel falsch machen hier jetzt nur die frage ob er östlich oder eher westlich ich gehe mal östlich gucken hier so ne ganz da unten im süden wo krummzahn ist ja dabei krummzahn müssen wir krummzahn nicht eh noch erledigen sonst wird er nicht angezeigt oder doch ich glaube es werden immer alle angezeigt aber ist ja grundsätzlich kein problem wir können ihn ja trotzdem theoretisch mal erledigen da sieht es mir nämlich arg nach einer höhle aus eine hohe höhle also ich hier sagen wir hier ist eine höhle oder hier ist nur krummzahn da ist ja aber vielleicht sollten wir krummzahn anledigen ich habe krummzahn gerade auch kurz gesehen ich glaube ich werde deine hilfe braucht er hallo drache und wirbeln ich muss jetzt erst mal wieder rein finden wo ist ein krummzahn jetzt hin ach der ist in wasser hat sich einfach verpieselt ich glaube es ja nicht jetzt habe ich ihn ins wasser geworfen unerfahrener ohrstecker mit magie abwehr und pro war doch ein splitter ich mache einfach mal hier auf erwacht ich vertraue da aufs glück aber wir haben krummzahn erledigt juhu auch wenn es bestimmt nicht unsere aufgabe war irgendwie hier fahrt keine aufgabe ja hier war irgendwo und so eine frau warum leuchtet die frau hier ist irgendwie weg die hat hilfe gebraucht aber können tut der tun die ja hier nicht wirklich viel oder mal wieder und ich krieg schon wieder die ganze zeit die mitteilung erfahrungsbonus höher als die eines freundes oder gruppenmitglied warum keine ahnung was ich wieder falsch gemacht habt ja das hat viel gebracht wollen wir jetzt mal die anderen beiden höhlen hier abklappern auf der seite und auf der anderen wollen wir hier in die höhle gehen okay rechts dann gehen wir rechts ja eiern war halt ein bisschen rum ist ja ohne so schlimm ich glaube nicht ich glaube wir waren hier unten noch gar nicht so wirklich doch wir waren nicht schon ach stimmt da wollten wir ja noch nicht direkt in die höhle ich habe ich hatte ja gehofft dass hier noch mal so ein gold vier umläuft ja 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 sag ich ja dieses goldene vieh mit dem schlüssel was es hier gab aber hier ist irgendwo die höhle genau wollen wir da erstmal rein oder oh hier ist nasshoffkulli war das ich habe keine ahnung die brauchen wir ich weiß nicht wo du hin bist wieder hilfe ich hänge im baum fest ich komme hier nicht raus ähm ich fühle mich gerade ein wenig verarscht achso ich bin in so eine hütte reingegangen aus Versehen ich versuche mal zu dir zu kommen das ist ja schon ein bisschen witzig müssen wir die kulis umhauen ja ich finde immer noch das kampfgeschehen ist sehr unübersichtlich wenn da so ein drache mit rumwuselt also nur mein gedanke baumflüsterer 2 von 6 und mein drache guck mal wo mein drache rumwuseln ist ja hier drüben muss noch irgendwo ein kulis sein ich glaube wir brauchen gar nicht die kulis nasthufeanführer brauchen wir na komm schon der hat ganz schön was drauf der Anführer So, da gibt es wieder hier einen puren Drachensplitter. Ja, ja, im AF-8. Genau, im AF-8, im AF-8, passt schon. So, ja, jetzt ist die Frage halt, ob wir in die Höhle... Ich sehe da oben noch ein Ausrufezeichen bei mir. Oh. Da, irgendwo muss es sein. Du meinst das, was von deinem Ding ist? Ach, das ist von der... Ha! Von der Quest, okay. Ja. Super, okay, also rein in die Höhle. Ja, oder? Na dann. Also, ich muss noch... Warten auf Anführer zur Auswahl des Schwierigkeitsgrades. Hier, ich muss die noch kaputt machen, du, nicht? Ich sehe hier keinen, ne? Achso, ich habe die bei mir noch. Die habe ich wohl noch nicht fertig. Ja, dann, äh... Mach mal den Kuhli kaputt. Noch, äh, zwei fehlen mir. Noch ein Ding. Hallo, die werden mir immer noch angezeigt. Ja, dann, äh, hau rein. Hier, da. Such die Kuhli, ich sehe die ja nicht. Hallo, komm hier hin. Jetzt habe ich es geschafft, ja. Patrouille-O-Ring. Ja, du musst jetzt den Schwierigkeitsgrad leider auswählen. Weil da habe ich keine Möglichkeit. Klickt oder nutzt Schnelltasten? Natürlich Abenteuer, ne? Äh, ist für drei Spieler ausgelegt. Klar, schafft mal locker. Das wird wieder ein bisschen heftig, meinst du? Versuch's. Wir werden ja sehen, ob wir sterben. Ja, komm, hau rein. Äh, nein, ich möchte nicht teleportieren. Natürlich nicht. Was heißt das denn? Da steht man einen Meter vor der Mine. Und dann fragt der einen, möchtest du teleportieren? Äh, nein. So. Was hat denn Ad Chaos für uns? Ich finde das Bild von Ad Chaos sehr schön. Muss ich sagen. Guck mal. Man sieht hier oben nur so ein Stückchen Rüstung. Tja. So, beschafft Metallteile. Fünf Stück. Okay, wir schaffen Metallteile. Ich kann mir vorstellen, dass das bestimmt nicht witzig wird hier drinnen. Sind wir momentan noch keine Gegner? Doch. Level 22 sind die. Das ist doch perfekt. Und Elite. So, springen wir hier rüber. Können wir nicht. Tolles Ding. Kaputt machen kann man es auch nicht. Also müssen wir irgendwo runter. Ich denke mal, es ist recht eindeutig, wo wir hin müssen. Oh, oh. Nicht da runter. So, äh. Ich hab mir den Weg ein bisschen kürzer gemacht. Jupp. Ja, der macht Schaden, aber es geht. Es ist alles im machbaren Bereich als Abenteuer. Ich möchte endlich für Ende 25 sein, damit ich die Aktionstränke trinken kann. Damit du was kannst? Aktionstränke trinken. Oh, die hier haben Metallteile. Kann ich eigentlich auch irgendwie alles einsammeln lassen? Hm. Ich glaub mit Shift-Click oder so ging das. Shift-F. So, äh. Ja, du bist jetzt hier zwar weit runter, aber... Oh. Oh. Wow. Ich glaub, da sollen wir nicht hin. Was passiert denn da? Naja, es ist zumindest sehr tief. So, aber, äh. Tja, dann müssen wir hier... Hier lang geht's nur, ne? Jupp. Dann bin ich noch wieder hoch. Na gut, also viel können die definitiv nicht. Mal gucken, ob die Räuber vielleicht ein bisschen besser ausgestattet sind. Mein Drache wurde weggeschickt. Okay. 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 So. Wie viele Metallteile hast du? Ich hab zwei. Zwei. Zwei hab ich auch. Nasshuf-Knappe. Ja, so viel haben die definitiv nicht drauf. Vier. Ach, doppelt drücken geht auch. Okay. Also FF drücken sammelt auch alles ein. Gut zu wissen. Ach so, ja. Ich drück immer nur FF. Hätte ich sagen können. Entschuldigung. Wirbel! Ah, ihr nervt echt. Oh, da kommt irgendwas komisches. Oh, irgendwas komisches, was richtig Schaden macht. Der Hexen-Doktor, ja. Der ist wohl nicht so witzig. Der ist auch nicht so gut zu sprechen auf mich. Okay. Du bist, warst du gerade so ein Vieh? Nein. Ach, du standst in dem drin. Genau, okay. Ich bin nicht so ein Vieh. Nee. Drei Metallteile. So. So, so. Okay. So, so.